Die Mountschmiede erforscht ihr, indem ihr in eurer Chiffrin-Konsole in Firims Zuflucht in der dritten Reihe das zweite von oben vollständig erforscht. Dann kriegt ihr eine Questreihe, dann schaltet ihr diese Mounts eben frei. Oder besser gesagt die Schmiede, die wir ähnlich wie bei den Pets mit Rezepten füttern müssen und über diese Rezepte können wir dann die Mounts mit bestimmten Materialien herstellen. Das ist der Prozess, nochmal kurz runtergebrochen. Diese Rezepte, die liegen wieder versteckt rum, droppen von Rares oder wie auch immer, das gucken wir uns jetzt an. Wie immer mit Koordinaten und Co., damit ihr jederzeit nochmal in so ein Video reinskippen und euch da sicher sein könnt, wo jetzt was war. Wir brechen auf zum ersten Ziel, der Genesis-Krabbler bei 31,50, befindet sich oben auf dem Gebäude. Er klimmt das Gebäude von der linken Seite aus, auch das kennen wir ja auch sehr genau. Dass wir dann das Ganze auf YouTube in geschnittener Form haben oder auch auf Twitch als einsehbares Video behalten. Und da habt ihr dann ja immer die Koordinaten und könnt nochmal reinskippen und schauen, wie wir hier dann hochgeklettert sind oder nicht. Ah ja, da liegt es auch schon ganz am Anfang quasi auf dem Gebäude. Und gucke da, unsere Hexer haben gleich die Tore gestellt, aber so hoch müssen wir gar nicht. Hier kann es liegen. Rezept blasser majestätischer Kervid bei 34,45. Belohnung vom Erfolg Chiffren der Ersten, wenn ihr das Chiffren-System komplett erforscht habt. Oh damn, das heißt, der einzige Spieler, der das hat, ist Malverid. Rezept unergründlicher Krabbler bei 34,45. Befindet sich bei Firim in der Höhle, kann nur errungen werden, wenn ihr tot seid. Geht als Geist in die Höhle und ihr seht eine große Spinne, die gibt euch das Rezept. Okay, das heißt, wir müssen sterben. Als Geist, wenn wir tot sind, in Firims Höhle. Wir haben es gesehen, man kann hier ein Duell machen mit einem Kumpel, ein bisschen Fallschaden snacken. Oder man pullt eben irgendein Tierchen von außen. Die Leute denken jetzt auch, was hier los, die Geisterwanderung. Die Geisterwanderung. Oh, Junge, ist aber eine ganz schön unauffällige Spinne, hör mal. Holla, Eryctus Schemen. Holy shit. Das ist ja super krank. Ich nehme das Rezept mit. Rezept Bronzener Helikid befindet sich in der Truhe, welche es als Belohnung von der Zonen-Weekly gibt. Oh Mann. Okay, mehr Truhenbeute. Rezept geschmückter Vombata. Bei 36,78 befindet sich in dem dankbaren Geschenk, dankbaren Geschenke-Schatz. Achso. Lootet ihr den Schatz, bevor ihr das Feature zum Schmieden von Mauns freischaltet, liegt das Rezept separat rum. Das war die große Hoffnung. Wir sind bei der Wiege der Naszenz wieder ganz oben hier und müssen ein bisschen klettern. Kann das sein? Ja, ich meine mich zu erinnern. Wir starten also hier. Wir gucken nochmal kurz auf die Karte. Ganz oben, so ähnlich wie beim Ersten. Oh, mit Hexator. Ja, ist ja auch nett. Hör mal. Da sparen wir uns schon mal ein Teil. Gut, dann hoppeln wir mal weiter und sind höchst gespannt auf das besagte Rezept. Ich erinnere mich an diesen Ort. Hier mussten wir die Tierchen streicheln. Ah ja, und hier liegt direkt auch die wunderbare Rolle. Um es nochmal auf der Karte zu zeigen. Wir sind jetzt hier über die Berge mit Schattentor und Co. Und dann findet man es hier. Solltet ihr jetzt an die zukünftigen dieses Video in der Zukunft sehen, kann man natürlich auch herfliegen. Und da ist es dann. Rezept herzgebundener Lupin bei 51,62 hat eine Chance vom Mob schlundwahnsinniger Lupin gelootet zu werden. Ah ja. Der ist hier in der Höhle, wo wir auch schon mal waren für die Rares mit dieser tollen Musik. Ihr werdet euch erinnern. Und der kann das droppen. Rezept Hüpfer Prototyp bei 67,69 befindet sich im Schatz vergessenes Protoarchiv. Wenn ihr den Schatz lootet, bevor die Schmiede freigeschaltet ist, liegt das Rezept am selben Ort separat rum. Alles klar. Dann nehmen wir doch das Hexator, Freunde. Wir starten jetzt gerade hier auf der Karte bei 62,68. Und wie eben gesagt, wenn diese Froschweltquest hier ab ist, wo man so ein bisschen hüpfen kann, dann kann man das natürlich benutzen. Aber auch mit Schattentor und Co. Scheint man hier wieder so ein bisschen tricksen zu können. Wo bei mir? Was? Ruby hat es auch? Hier? Hä? The fuck? Da liegt es einfach nicht bei mir. Das ist ja ultra weird. Haben viele andere in der Gruppe das Glück. Das ist, denke ich, okay. Und ich werde dann noch ein bisschen warten müssen aufs Fliegen, ne? Nächste Woche müsste es ja soweit sein. Dann können wir ja auch hochfliegen. Wie bist du da hingekommen? Ja, als Venture natürlich sehr empfehlenswert momentan, ne? Theo Tarseelenband mitnehmen hat man zweimal Schattentor, kann man sich hochporten. Wir haben Hexer in der Gruppe, die können hier Portale stellen. Es gibt auch, wenn ihr in Seret Mortis gequestet habt, diese Rüstungsteile mit verschiedenen Bonus-Effekten. Zum Beispiel, dass euer kleiner Begleit-Bot, dass der Kisten aufspüren kann oder Kreaturen übernehmen kann oder so. Und es gibt auch welche, die euch so eine kleine Teleportfähigkeit gewähren, die auch immer stärker wird, umso mehr ihr diese neuen Schiffrinnen erforscht habt. Da müsst ihr mal schauen, bei diesen Items, die ihr so bekommt, was es da eben so gibt an Bonus-Effekten, ja. Das kann sich auf jeden Fall lohnen. Den Goldplatten-Bufonid bei 5073 hat eine Chance, von den beschleunigten Bufoniden zu droppen. Diese befinden sich auf der Insel beim Raid und beim Teich von Hirocon. Also genau hier, da wo wir jetzt stehen, wo alle angeln, da können diese beschleunigten Bufoniden sein, so wie dieser da. Und die können einen solchen Bauplan droppen, ja. Das Rezept Serenade befindet sich im Raid, im Gebiet des ersten Bosses, unten beim Wasser. Dort findet ihr schwebende Inseln, wo einige Ketten drunter hängen. Das Rezept befindet sich in einer dieser Ketten. Ich laufe jetzt mal nach links, hier hängt irgendwie so eine Blumenampel. Da habe ich komplett Bock. Ah, und hier ist eine Kette und da ist es! Da ist es! Wow! Ich habe auch mal eins gesehen. Hier hängt es in so einem Kettenglied. Junge, was zum Teufel. Und wir haben Trash gepullt, Leute. Aber die Buggen... Okay, das ist ultra strange, aber wir sind hier richtig. Im Raid, oben, da habt ihr hier diese Blumenampel und da in dem Kettenglied. Serenade, ein weiteres Mountrezept. Wunderbar. Jetzt noch ein bisschen Trash-BOE und dann läuft... Rezept neugieriger Kristallschnüffler ist zu finden im Raid beim Boss Halondrus. Ist der Boss tot, geht ihr zurück zum Raum der zweiten Phase. Dort liegt das Rezept neben einer der mechanischen Säulen. Es despawnt nach 15 Minuten nach dem Tod des Bosses. Ach, ich wollte gerade sagen, können wir da nicht unsere ID benutzen, weil Halondrus hatten wir ja down. Das despawnt 15 Minuten nach dem Bosskill. Wüstenschwingenjäger bei 62, 43 befindet sich oben auf einer Säule, benötigt Fliegen, Hexaport, Venturetor oder ähnliches. Also das ist genau die Geschichte, die wir vorhin besprochen haben. Mit Fliegen wird es natürlich alles einfacher. Es kommen noch ein paar. Ihr werdet es hassen. Oh toll, das klingt ja großartig. Wo ist er denn? Da drüben. Leute, wir werden es hassen. Wir starten also hier, wo wir auch schon mal so ein Petrezept geholt haben. Koordinaten 61, 42 auf dieser Plattform. Und brauchen entweder Fliegen oder unsere üblichen Reisefähigkeiten, sage ich mal. Jawohl, jawohl. Und auch da hoch? Ne, stimmt gar nicht. Da hoch! Ach du Scheiße, es könnte gehen. Erstmal da hin. Mal gucken. Ah, ja, ja. Mehrere Schritte vorne. Ich stehe zwar in der Luft, aber ist mir egal. Und dann da hoch. Oh boy. Und da liegt es dann auch. Da oben liegt der Bauplan. Das ist ja aber wirklich schon relativ ekelhaft. Unser Schorki schön hochgeglitscht hier mit dem Schattenstepp. Raptora Sturzflieger bei 67, 40 liegt in der Höhle auf einem Tisch. Ja, der ist so runtergestürzt im Flug. Der ist direkt in eine Höhle rein, durch die Bergwand. Hier geht es rein, in der Wüste, in diese wunderbare Höhle. Und wir werden versuchen, die Gegner einfach gerade abzuschütteln. So. Und hier war man drin für diesen verderbten Architekten, bilde ich mir ein. Der droppt dann jetzt noch ein geiles Item, nämlich zwei Schleierstoff. Und dann hier hinten bei X-Freunde, da liegt der Sturzflieger. Wunderbar. Vombata bei 64, 35 in einem Käfig kann per Fliegen, Hoppala, kann per Fliegen Hexerportal, Sprung- oder Ventürfähigkeit erreicht werden. Man muss dann natürlich noch ein paar Materialien sammeln. Na, weil nur von dem Rezept, da kommt man natürlich dann nicht auf das Mount. Und man braucht schon ein bisschen Zeug, um das auch herzustellen. Hier in diesem Käfig, vorne, direkt quasi vor der Tür der Höhle. Da lag der Dunkle. Vombata Rezept gemarterter Zerretörsch bei 60, 35. Oh, stimmt gar nicht. 60, 30 befindet sich in dem Schatz schlundgebundene Truhe. Wenn ihr den Schatz lootet, bevor ihr die Schmiede freischaltet, liegt das Rezept separat dort. Okay, ein gemarterter. Da ist es. Ah, ich erinnere mich an diese Kiste. Ja, hier zwischen den Käfigen, da haben wir das Rezept, den Bauplan für den gemarterten Zerretörsch. Genau hier mit Doppel-Ü. Der Zerretörsch, Freunde. Da liegt er zwischen den Kisten. Wunderbar. Was ist mit denen jetzt hier los? Hallo. Der Zerretörsch, Tarachnidenkriecher bei 62, 22 befindet sich innerhalb eines kleinen Gebäudes. Das Rezept befindet sich auf der rechten Seite, sobald ihr das Gebäude betretet. Ah ja, den habe ich heute bei der Kampagne schon mitgenommen. Der müsste genau hier liegen, zwischen diesen anderen seltsamen Chiffrenrollen oder wie man die nennt. Hier oben, in der feinsten Wüste. Ausgezeichnet. Rezept Todesläufer. Dieses Rezept gibt es als Belohnung von der Quest ein neuer Architekt beim Freischalten des Schmiedesystems. Ja, den bekommt ihr also einfach automatisch. Schlundadaptierter Raptora, rund um 61, 25, droppt von den schlundgebundenen Kolossen im Sandgebiet. Ja, das sind, wie wir eben gesehen haben, die ganz dicken, die hier rumlaufen. Und da, wie eben angeschnitten, im Zweifelsfall auf diese Sandwurm-Weltquest warten. Und dann kann man dir über diese Weltquest-Mechanik so ein bisschen schwächen. Rezept geschmiedeter Tückenflügler bei 53, 25 befindet sich in einem Wespennest am Boden. Oh toll, im Wespennest, da würde ich sowieso schon immer mal reingreifen. Richtig Bock direkt. Da im Wespennest versteckt es sich. Wow. Okay, okay, wir sind hier in diesem Gebiet und da haben wir das Nest. Da steckt der Bauplan. Wunderbar. Für den geschmiedeten Tückenflügler. Wespidenflatterer bei 50, 27 kann mit Fliegen erreicht werden oder mit dem Schattentor. Oh damn, da sind wir wieder. Okay, wir starten also hier in diesem anfänglichen Wüstengebiet, hier oben bei diesen Säulen. Und da geht es erstmal wieder hoch hinaus. Jawohl, eigentlich müsstest du da komplett ballern, bilde ich mir ein. So, wir sind hier oben und haben hier im Sand, zum Glück nicht ganz so weit mussten wir klettern. Da haben wir diese wunderbare Rezept. Scharlachroter Helikid bei 47, 9 oben auf dem Gebäude. Man benötigt Fliegen, Hexaport, Venturetor oder ähnliche Fertigkeiten. Wir sind auf der Weltbossinsel bei diesem Torbogen. Und da sieht man es nochmal. Wollen jetzt hier quasi hochgehen, auch wenn das Hexaportal gerade keinen Bock auf mich hatte. Ist das ja ein Weg, den wir an sich kennen. Auf solche Häuser sind wir heute schon häufiger geklettert. Schade, schade, schade. Es lootet aber auch... Ah, wow, no way. Es ist in diesem Moment gespawnt. Bronze Flügel-Wespit bei 48, 40 befindet sich in der Höhle. Wenn ihr sie betretet, nehmt die Rampe nach rechts. Das Rezept befindet sich oben auf der Rampe. Eine wunderbare Höhle. Wir sehen es, da reiten wir jetzt rein. Schön oben in der Mitte. Und hier erwartet uns dann das nächste Rezept. Der Bruder hat sich dazu entschlossen, nur noch seitlich zu laufen. Kann man auch machen. Freies Land. Und hier geht es dann rein. Und rechts so eine Art Bogen hoch. Ah ja. Und da ist eine wunderbare Kiste. Und diese Kiste ist einfach total random da. Und hier ist das Rezept gegenüber. Ich wollte gerade sagen, wait, hier muss es noch sein. Rezept Summ bei folgenden Koordinaten. Kann im Schatz breibedecktes Relikt sein. Ah, das sind diese Teile, die man immer so ein bisschen hin und her kicken muss. Rezept Rostroter Bufonit kann in der Paragonkiste von der Fraktion die Erleuchteten enthalten sein. Oh nein. Paragonkisten mit Rezepten. Pain. Letztes Rezept jetzt. Ist wieder ein bisschen länger. Rezept. Gescheiterter Flitzopoden-Prototyp. Man braucht Verständnis des Altesischen und den Erfolg ein Mittel zum Zweck. Sobald ihr beide Sachen habt, geht ihr zu den Koordinaten 4734 zum geheimen Teleporter. Teleportiert euch mit diesem zu den Resonant Peaks, holt euch nun 60 kosmische Energie, portet euch zum Graveled Response und dann zum inneren Locus. Im inneren Locus findet ihr einen von zwei, ne warte, einen zweiten Teleporter, so rum, namens Arkei Locus. Oh, die Geschichte, die Geschichte hatten wir tatsächlich auch schon bei der Petrunde. Mit dieser kosmischen Geschichte, wo wir eben waren, mit diesen Teleportern, mit denen einige jetzt schon rumexperimentieren. Die meisten erst, wenn es dann in der nächsten Woche mit der Kampagne interessant wird. Im inneren seht ihr nun einen inaktiven Prototyp. Wenn ihr diesen Bereich startet, oder erstmal betretet, dann startet quasi ein Minigame. Gewinnt ihr das Minigame, erhaltet ihr das Rezept. Was zum Teufel, da startet ein Minigame für das Rezept. Okay. Jo, das war doch eine wunderbare Runde. Holy Shit. Mit sehr, sehr vielen Infos. Mit sehr, sehr vielen coolen Mechaniken. Und wir Freunde haben jetzt allesamt, egal ob man alle Rezepte bekommen hat oder nur jedes zweite oder wie auch immer. erstmal eine ordentliche Liste hier, was die Mounts angeht, die wir in Zukunft dann bauen können. Sehr, sehr krass. Lass mal sehen. Oh, ich könnte sogar einen schon bauen.